In Runde Nummer 2 Wer hat dich Opfer denn ans Mic bestellt? Mit Hoffnung, dass du tighter Raps Wenn ich Bock hab, zieh ich die Schocker Dann hast du die Kopfform, so wie Tyra Banks Doggy, bin ich hier, um mit Duffen zu reden? Läuft deine Schlampe mal eben? Näh, man ist Massenbewegung, Kid und du bist so verknallt in sie Doch sie verkraftet es nicht Ich tröse die Schlampe für dich und zeig dir, was ist Nafmo? Wie ist du? Bist nur ein Rookie, den ich fick hier per Uzi Bin kein Hindernis, hast ein Brett vom Kopf wie Tischler-Azubis Und ich wünsche dir Glück für die kommende Battlestoy Ich denk, dass hier nach die Hoffnung dann weg ist Du Trottel und Opfer bist Hoffnung, so söde und langweilig trocken Wie Pommes bei Meckes, halt deine Bitch zwei ganz ins Face Halt dir ohne Grund ne ganz ins Face, Schwanz ins Face Lass es, die Blasen kommen in die ganze Space Und du denkst, du bist mit D-Rack für Kiddies Du es versucht, ich in unserem Business Hör das, Usi geklicke, schuldig behindert Mute, deine Shit, Mann Es ist so wie Feuerte, dich nur anzusehen Gewinne diese Battle nur im Handumdrehen Packe dich am Handgelenk und deine Hand ist andersrum im Handumdrehen Und du siehst, ich bleibe ruhig Shit und ich lade die Kanone Während du aufgeregt bist wie arabische Piloten Deine Mom ist oben ohne, deine Bitch wartet im Pool Und vergiss das Date, mit der sie hat nen Arsch voll zu tun Und mir ist völlig egal, was in dein dickesten Verse Stetig sage, sprich zur Hand wie Bitches beim ersten Date Doggy, das Einzige, was du noch mit Dummies zu tun hast Das ist der Fakt, du vergeht bis vom anderen Umfang, Bitch